Platonische Freundschaft fail. Ja, wir haben mal ein Video gemacht. Du bist immer so hart. Wieder kam eine Frage rein. Wir freuen uns darüber, denn diese Frage, die beschäftigt viele von euch. Da bin ich ganz sicher, die hat auch mich beschäftigt. Ich muss auch sagen, ich habe auch so Erfahrungen in der Jugendzeit selber gemacht, in der Richtung. Und sie ist sehr, sehr praktisch, deswegen möchten wir sie unbedingt hier auch reinnehmen. Und zwar fragt jemand eine Frage bezüglich Freundschaften zwischen Jungs und Mädchen. Ein junger Mann, denke ich hier, sagt, ich habe eine Freundin, mit der ich alles teile und zusammen auch bete. Wir haben richtig gute und tiefe Gespräche, wir haben uns auch schon gegenseitig einfach gut weitergebracht. Nur habe ich jetzt Gefühle für sie entwickelt. Wir haben darüber geredet und das macht alles kaputt. Ich will diese Freundschaft ungern verlieren, da ich auch nicht viele kenne in meinem Alter, die die Leidenschaft für Jesus heftig mit mir teilen. Ich stehe vor wichtigen Fragen, lebe im Studium, Beruf und bete, dass Gott mir den Weg zeige, seinen Willen erkenne. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit der Zeit trotzdem unschlüssig bin und ich weiß nicht wirklich, was Gottes Wille für mich ist. Was würdet ihr mir empfehlen? Wie kann ich Gottes Willen konkret spüren? Liegt es an mir? Bin ich vielleicht nicht demütig genug vor Gott? Natter, schlechte Erfahrungen hier mit Freundschaft zwischen Jungs und Mädchen. Platonische Freundschaft, fail. Du bist immer so hart. Ja, wir hatten schon mal ein Video gemacht über platonische Freundschaft und da hatten wir eigentlich genau diesen Fall geschildert. Guckt euch das mal an, also einfach bei dem Beziehungsepisode platonische Freundschaft, Crosstalk nachgucken. Wie gesagt, wir haben das auch in unserem Leben kennengelernt und auch schon viele anderen gesehen, wo das passiert ist. Das ist natürlich super schade, aber du bist nicht der Einzige, wo das der Fall war. Die anderen, die ihr das euch einfach anschaut, nimmt es euch doch einfach zu Herzen. Platonische Freundschaft zwischen Mädchen und Jungen gibt es nicht. Vor allen Dingen, wenn ihr irgendwelche sehr seelischen, tiefen Dinge miteinander teilt, gerade Glaubenssachen. Nein, du bist nicht. Bei dir wird es nie passieren mit dieser Person. Ich weiß, es passiert dann irgendwann doch. Ja, was kann man jetzt machen in so einer Situation? Ich habe auch schon Situationen gesehen, wo das dann sehr gut ausgelaufen ist. Und ich will mal sagen, es ist jetzt nicht eine Sache, die dann auf lebenslang irgendwie Probleme schaffen sollte. Manchmal ist das so, dann ist das ein bisschen Herzschmerz für vielleicht ein paar Monate oder auch ein paar Jahre. Aber hinterher, wenn ihr heiratet, dann ist auch alles wieder gut und jeder weiß, dass man einen Fehler macht im Leben. Was ich machen würde, ist einfach kurz und knackig würde ich die ganze Sache abbrechen. Ich will einfach mit der Person reden und sagen, ey, sorry, das tut mir leid, dass ich diese Gefühle entwickelt habe und jetzt diese Sache irgendwie eine andere Wendung genommen hat, unsere Beziehung. Das Beste ist einfach, wenn wir keinen Kontakt mehr haben, tut mir wirklich leid. Und die Person will eine Sache sehen in deinem Leben, nämlich, dass du Buße tust. Das ist ganz interessant, auch in der Welt. Und was Personen sehen wollen, ist nicht nur, dass du dich entschuldigst, sondern die wollen sehen, dass du dich auch wirklich in deinem Leben veränderst. Und wenn du das tust, dann wird die Person, das Mädel vielleicht, hinterher immer stolz auf dich sein. Oder die einfach sagt, ja, da ist er mir in den Karren gefahren oder vielleicht da hat er mir eine super Freundschaft, plötzlich hat er sich nämlich überliebt und so weiter. Aber danach war der echt korrekt mit Mädels, hat nichts mehr angefangen, irgendwie mit einer Mädel anzuwenden und so. Und das ist ein klasse Typ. Und deswegen muss man halt hier sagen, ich will diese Freundschaft ungern verlieren. Verstehen wir, aber wir müssen echt ziemlich absolut sagen, du musst sie verlieren. Es geht nicht anders. Das klingt für euch jetzt sehr absolut, aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, die wir aus der Bibel erkennen. Guckt euch diese anderen Videos an, da haben wir das ein bisschen ausführlicher erklärt. Aber diese Wahrheit wird extrem bestätigt durch alle unsere Erfahrungen. Es gibt so viele Geschichten wie diese und es funktioniert nicht, dass du diese Freundschaft beschützt. Also bewahrst, behältst. Es geht nicht. Es ist einfach unmöglich, weil diese Gefühle, die sind schon da. Und deswegen wirst du die jetzt nicht künstlich ausschalten können und dann diese gute Beziehung mit dem Teilen des Glaubens an Jesus irgendwie weiterleben können. Du musst es wirklich abbrechen. Und für die, die so eine Freundschaft, die vielleicht so weit sind, dass sie meinen, sie leben gerade so eine Freundschaft, aber sie haben sich noch nicht gegenseitig offenbart, dass Gefühle da sind. Sie sind noch nicht an dem Punkt hier, wir haben drüber geredet und das macht alles kaputt. Lasst euch bitte sagen, dann beendet jetzt, bevor ihr drüber reden müsst, diese Sache. Genau wie Natha gesagt, kann ich nur voll bestätigen. Du sollst deine Leidenschaft für Jesus heftig teilen, aber in der Lebensphase, in der du bist, mit einer Person gleichen Geschlechts. Such dir als Mädel wirklich andere Mädels, andere junge Frauen, die auch den Herrn lieb haben und teilt doch da den Glauben. Und dann wird das befreit von diesen unreinen Vermischungen. Es ist viel schöner. Und wir können das wirklich sagen als Jungs. Es ist richtig schön, den Glauben an Jesus zu teilen, darüber zu sprechen, zusammen zu beten, zusammen zu singen, zusammen anderen Menschen vom Herrn erzählen, dem Herrn gemeinsam zu dienen. Es ist richtig schön. Da kommt, da werdet ihr Leidenschaft erleben, wo ihr auch dann wisst, das ist jetzt wichtig, die Leidenschaft an Jesus und nicht die Leidenschaft für die sexuelle Ebene, die ich bei einer anderen Person halt dabei habe. Also was könnt ihr empfehlen? Wie kann ich Gottes Willen konkret spüren? Denn erstens, du spürst den nicht, sondern du erkennst den Willen Gottes. Spüren liegt auf der Emotionsebene. Und den Gottes Willen, den erkennst du durch den Heiligen Geist und der wirkt ein auf deinen Geist. Nicht auf deine Emotionen und auch nicht auf deinen Körper. Deswegen, das erkennst du durch den Heiligen Geist, in dem du betest oder die Bibel liest, so wirkt der Geist. Erste Sache, Gottes Willen erkennen. Und wie erkennst du den Willen Gottes? Indem du erstmal den erklärten, klaren Willen Gottes, den generellen Willen Gottes, der vor dir liegt, dass du den erstmal machst und weißt, was das ist? Das ist, dass du erstmal diese Beziehung aufhörst. Das ist das Allerwichtigste. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis. Es steht in Sprüche 1. Das ist das Allerwichtigste. Dass du erstmal das machst, was du, was vor deinen Füßen liegt, dass du dich trennst vom Bösen. Und in diesem Hinsicht ist diese Beziehung nicht unbedingt, was Gott will. Gott will keinen Herzschmerz. Der will, dass du ganz andere Sachen machst. Deswegen das erstmal auf Seite tun. Dann wirst du auch einen klaren Blick bekommen für die Sachen, die Gott vielleicht jetzt in deinem Leben vorhat. Und da sind ein paar super tolle Sachen. Denn das hängt zusammen. Du kannst mal, geh mal in eine richtig, richtig, richtig ordentlich verbunkerte Tiefgarage rein und guck mal, wie viel Handyempfang du hast. Das ist einfach, so ist das auch bei uns mit diesen Beziehungen. Also ich habe das in meinem Leben wirklich erlebt. Wenn du, umgeben von den Mauern, letztlich der Emotion, die einfach durch so eine zwischengeschlechtliche Beziehung, die sind da und die können wir nicht ausschalten. Die sollen wir auch nicht ausschalten, weil Gott doch gesagt hat, ich habe sie doch gegeben, weil in der Richtung beziehen sollst du es richtig, da soll es auflodern. Da soll einen Flächenbrand geben, das soll richtig ausgelebt werden. Aber das sind in der Frage, wie kann ich Gottes Willen erkennen, sind das aber auch Mauern, wie so eine Tiefgarage, wo ich merke, hey, aber ich habe den Empfangskontakt zu Gott, den habe ich verloren. Mir ging es so, dass wenn ich nicht wirklich die Konsequenz treffe, zu sagen, jetzt muss ich mal Schluss machen mit diesem emotionalen Input, dann habe ich es mir selber gemerkt, wie ich es mir verbaue, wirklich Gottes Stimme auch zu hören. Sowohl durch Gebet als auch Bibel lesen und ich habe mich befreit, als ich mal eine falsche Beziehung, also einen zu engen emotionalen Kontakt war das bei mir, zu einem Mädchen aufgehört habe. Da habe ich echt die Erfahrung gemacht, ich bin rausgelaufen, also ich habe mich mit dem Mädel getroffen und habe gesagt, es tut mir leid, dass ich zu weit mich geöffnet habe, dass wir da jetzt auf so eine Ebene gekommen sind, das tut mir leid. Wir müssen das abbrechen und ich sage euch wirklich aus Erfahrung, ich habe danach richtige Freude und Freiheit in meinem Glauben erlebt und habe wieder viel mehr gehört, was will der Herr, auch als ich für meine Frau gebetet habe, weil ich wusste aus der Vergangenheit, ich bin super schnell empfänglich für diese emotionalen Ströme, habe ich dann auch echt darum gebeten mit ihr, dass ich den Kontakt sogar mal eine Zeit lang ganz abbreche. Das ist keine Pflicht, dass man das unbedingt so machen muss, ich will es euch nur mal als Beispiel sagen, dass ich genau das, was Natta auch eben sagt, ich will erst wirklich genau auf den Herrn hören und mich dann auf diese andere Ebene einlassen. Dazu hat mir geholfen, das andere mal richtig auszublenden. Wenn du ein junger Christ bist, dann wollen wir dich total ermutigen, mach nicht so viel durcheinander in deinem sowieso sehr sensiblen Herzen, sondern weihe es Gott und warte darauf, dass dann Gott dir zu seinem Zeitpunkt auch die andere Ebene aufschließt. Viel, viel Freude, Kraft dazu, auch diese Entscheidung zu treffen. Du kannst uns auch vielleicht eine kleine Message schicken über WhatsApp oder so, ob es geklappt hat oder so, würden wir uns auch sehr freuen. Wir würden sagen dann für die anderen bis zum nächsten Video. Ciao.